Und vor allem, ich seh's nicht, weil mein Bildschirm so beschissen eingestellt ist. Da kann ich nix sehen. Ich seh nicht, wo derjenige steht und gar nichts. Ja, da fällt er aus der Welt, toll. Hat das selbe Problem wie ich. Sag mal, was ist da jetzt Sache? Ja, toll, so weit wäre ich gerne mal. Ja, und wie kam er dahin? Das gibt's doch nicht. Hm? Warte mal. Ah, warte, jetzt hab ich die Szene, wo er grau in der Dusche steht. Warte mal. Gleich, gleich. Sehr interessant, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wo ich kann vollkommen verstehen, wenn hier keiner mehr zuguckt. Ähm. So. Was macht er denn da? Wo ist er denn jetzt? Ja, so kommst du nicht durch. Ja, das hab ich auch schon probiert. Hä? Was tut er? Da kann man auch gar nicht langlaufen. Was? Oh no. Noes. Noes. Noes, ich bin dumm. Bist du? Ich bin, ich bin so dumm. Weißt du? Es ist mal wieder das, das ... So wie's jetzt ist, ist richtig. Okay. Ja. So. So wie jetzt, es ist alles richtig. Oder? Nee. Also. So. Oh. 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 Moment. Ich probiere es mal so. Wo? Es ist so dumm. Du benutzt einfach die Wand als Boden am Ende. Um zu dem Invertierer zu kommen. Invertierer. Sorry. Wenn du es dann gleich soweit hast, hast du doch bescheiden, dass wir gemeinsam durch die Tür gehen können. Äh. Oder kriegst du es ja nicht hin? Das weiß ich gerade noch nicht ganz genau. Ich muss mal gucken, ob ich, äh, da an der Dings vorbeikomme, an der Wand. Ja, ich komm vorbei dran. Okay, ich hab's. Sehr schön. Ich hab nicht dran gedacht, dass ich die, äh, wo ist denn jetzt mein, äh, Broadcaster hin? So. Ich hab nicht dran gedacht, dass ich die Wand, äh, die als Boden mit benutzen kann, am Ende nochmal. Ich hab's am Anfang versucht, da ging's nicht und dann hab ich das abgeschrieben. und dachte mir so, no. Das ist so doof. Ich bin schon fünfmal an der Lösung praktisch vorbeigelaufen. Ging mir wahrscheinlich genauso. Ah. Gehen wir durch? Runter zählen. Drei, zwei, eins und durch. Oh mein Gott. Schmerzen in meinem Kopf. Ah. Nach dieser Zeit. Ah. Geschafft. In seiner Abwesenheit, Abwesenheit. Ach so, ja. Die Statue. Ich will zu pulsieren. Es läuft mir eiskalt den Rücken hinunter. Da ist noch etwas, etwas Unheilvolles. Heute Morgen entdeckte ich es am Fußende meines Bettes, wartend, starrend. Mein Home. Da, 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 da. Oh mein Gott, das hat meinen Kopf zerstört. Mein Home. Wollen wir jetzt mal gucken, ob wir unten da langen können? Ja. Was auch immer uns da erwartet. Ach du willst mich doch verarschen, Spiel. Ne, von alleine läuft er nicht. Das erinnert mich irgendwie an Luigi's Mansion. Okay. Noch nie gespielt. Es ist keine Groß, Großtat zwischen dem Unmöglichen zu gehen. Okay. Ich bin es, die gebeugten Sterne und der Steine. Was? Und der Stein. Ach so, der Stein. Sogar jetzt, als sie zu nahe kommt. Ich verstehe ihre Bestrebungen. Hä? Das gebe ich auf, um diese Brücke zu überqueren. What the fuck? Wow. Ich erschreck mich jedes Mal, wenn ich meinen Controller zu nahe am Tisch halte und der anfängt zu vibrieren und dann auf dem Holz so halt so grrrr. Okay. 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 Ich schnarch? Da ist jetzt so ein Ding. Bei dir auch? Moment. Wow. Was war das? Und jetzt sitzt er wieder am Apfelbaum. Du sitzt jetzt am bunten Apfelbaum oder wieder am schwarz-weißen? Am bunten. Dann wackel mal ordentlich. Ich habe irgendwie fast die Befürchtung, dass es weiter geht. The Bridge. So und jetzt müsstest du unter einem schwarz-weißen wieder sitzen. Oder? Ja. Und da ist so ein Ding. Moment. Ja. Und das dreht sich schneller, wenn man drangeht. Wollen wir es mal nehmen? Wow. Hast du es, oder was? What the fuck war das? Wow. Und jetzt? Geh einfach nach links. Mal gucken, was da kommt. Okay. ist das für ein paar Tage oder was? Vielleicht ist es also eine kleine Spielerei. Da ist das Haus. Kann man jetzt alle Spiele nochmal verkehrt rumspielen, oder was? Offensichtlich. Aber das... wEN wir jetzt nicht mehr machen. Nein, das werden wir nicht machen Ich würde sagen, das war's zu Let's Play The Bridge Zumindest bei mir Ja, Kapitel 1 Ich guck mal eben schnell rein Spiegel des Kapitel 1 No Nicht mit mir Mit mir auch nicht Alles klar Leute, ich würde sagen Danke fürs Zuschauen, ich hoffe ihr Hört das ganze Projekt über Treu Und habt es geguckt, wenn ja, dann Gebt uns doch ein Däumchen hoch, seid was Besonderes Und denkt immer dran Wir hatten uns immer lieb Das ganze Projekt über Und danach und davor Und immer Wir hatten nur ein kleines Kommunikationsproblem So kann man's nennen, ja Report for no communication Oh Gott, dieses Spiel Uiuiuiui Hat mich zerstört Also Leute, wenn ihr das Spiel unbedingt haben wollt Wenn ihr euer Brain abfacken wollt Das gibt's auf Steam Ja Recht billig, meiner Meinung nach Ja Auf jeden Fall Ich hab Kopfschmerzen Ich auch Ich war jetzt erstmal Pause von Spielen, ey Okay, gut Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Projekt Vielleicht wieder mit der Kat Bei Kat Vielleicht wieder mit mir Schauen wir doch mal Höchstwahrscheinlich Ich bin ja bei deinem Kanal inzwischen Dauergast Nja In diesem Sinne Noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, whatever Nacht für uns Nacht für uns Und wieder schauen, reingauen Und bis dann Tschüss Ich war so